Die drei besten und ikonischsten Werbungen, die einfach jeder kennt. Part 3 Erstens Stepstone Omi, ich hab den Job! Boah, was verdienst du denn da? 5 Euro Zweitens Lidl Lidl lohnt sich Jammer Du willst in der Schlange von 60-jährigen Frauen angeschrien werden? Kein Problem, komm bei uns vorbei! Lidl lohnt sich Ja Drittens Obi Bibo, was weiß Obi? Danke, Nobi Diese Werbung ist zwar richtig alt, aber den Song kennt halt jeder.